Guten Morgen hier von der Weinglas B. Heute nach dem super Workout hat der Robin sich gleich nochmal ein kaltes Bad gegönnt. Und ja, es ist doch nichts Schöneres am Morgen als so ein schönes Bad und nochmal eine kleine Abfrischung, Abkühlung. Ja, dann nochmal wird nochmal untergetaucht und dann kommt der Robin schon wieder raus und bis zum nächsten Mal.